21 Millionärsregeln, die du brauchst, um reich zu werden. Folg dir diesen Regeln und der Reichtum wird in dein Leben kommen. Regel Nummer 4, das Gesetz von Saat und Ernte. Ganz einfach, jeder Bauer, man sagt immer, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln, aber was weiß jeder Bauer? Jeder Bauer weiß, er muss etwas sehen, dann den Boden pflegen, alles und dann kann er ernten. Die meisten Menschen wollen schnell reich werden, ohne etwas zu sehen. Die setzen sich quasi, wenn sie Bauern werden, aufs Feld und brüllen das Feld an, jetzt kommen gefährlichst raus. Und was macht ein Bauer auch nicht, selbst wenn er was gesät hat, er hängt nicht ans Pflänzchen und zieht daran. Wisse, dass du säen musst, dass du Impulse setzen musst, dass du ein Business starten musst, dass du klein startest. Starte klein, säe und dann pflege das Ganze und du wirst ernten. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und wenn du das weißt, dass es ein Saatkorn braucht und nicht nur eins, ein Bauer schmeißt jede Menge Saatkörner aus und aus jedem dritten wird etwas. Und trotzdem weiß, dass der Bauer, der setzt sich nicht hin und sagt, das ist unfair, es ist unfair, das geht nur jedes dritte auf, das ist völliger Schwachsinn, das weiß der Bauer. Der Bauer schmeißt trotzdem alle Saatkörner aus, dann vertraut er drauf, dass sie bei guter Pflege ausgehen. Und genau das ist für dich wichtig, wenn du reich werden willst, wenn du Millionär werden willst, kenne das Gesetz von Saat und Ernte. Und schon wird es für dich auch möglich sein. Schau dir die anderen Regeln, die nächsten Regeln hier noch an auf unserem Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir die Videos gefallen haben, dann lass einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal, teile das Video mit deinen Freunden, pass es auf Facebook. Du findest viel mehr Informationen noch auf meiner Webseite www.gunarkessler.com oder auf unserer Webseite www.wasreiche-ihren-kindern-beibringen.de Link hier unter dem Video. Nun, abonniere den Kanal, lass einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat, teile das Video mit deinen Freunden und schau dir die weiteren Videos auf unserem Kanal noch an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.